Wir befinden uns hier in einer neuen Zwei-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung in einer ruhigen Seitengasse von der Maria-Hilfer-Straße. Das komplette Gebäude wurde kürzlich komplett saniert. Die Wohnung ist hochwertig ausgestattet. Sie inkludiert eine Klimaanlage und der Aufzug befindet sich direkt vor der Tür. Wir haben für Sie eine komplette Videobesichtigung vorbereitet und freuen uns auf Ihr Interesse. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017